Radio Dreifach, live von der Voliere auf der Inseli. Und feiert damit 20 Jahre Radio Dreifach. Bei unserem Container auf der Inseli haben wir die Türen offen, von dem die Sonne scheint, die Glastüren, und es wäre eben schön meine rechte Schulter, finde es toll. Die nächsten zwei Stunden, der Indianer live von der Inseli. Ich habe eine Beliefe in dir selbst. Also, hast du irgendwelche Rituals, bevor du ein Konzert beginnest? Am Schluss war ich Geschäftsinhaupt von einem Uhren- und Schmuck-Geschäft in Luzern. Das heisst, du kannst vorbeikommen, du kannst uns zuschauen, zuschauen, eventuell auch etwas direkt in die Mikrofone sagen. Ein bisschen connecten, collecten, wer weiss. Beide sind zwar über 25 und damit zu alt, um beim Dreifach zu moderieren. Für einen Tag machen wir aber eine Ausnahme und Gend-Innen-Gelegenheit. Ein Live-Projekt, wenn wir auf eine Suche gehen, und zwar gehen wir auf die Messe in Luzern. Und dann gehen wir auf die Messe in Luzern. Und dann gehen wir auf die Messe in Luzern. Und dann gehen wir auf die Messe in Luzern. Und dann gehen wir auf die Messe in Luzern. Und dann gehen wir auf die Messe in Luzern. Und dann gehen wir auf die Messe in Luzern. Vielen Dank.